Hallo, mein Name ist Dr. Maya. Ich erkläre Ihnen in diesem Video, wie eine CT-Untersuchung abläuft. Daniel leidet schon wieder an Bauchschmerzen. Zum Glück hat ihn sein Hausarzt zur CT-Untersuchung ans KSB überwiesen. Daniel fragt sich nun, wie ein CT funktioniert und ob er sich Sorgen machen muss. Die Computertomographie, kurz CT, ist eine wichtige radiologische Untersuchung. So läuft sie ab. Daniel wird vor der Untersuchung von einer radiologischen Fachperson ausführlich über den Ablauf, Risikofaktoren und mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt. Ausserdem muss geklärt werden, ob Daniel eine Funktionsstörung der Schilddrüse oder der Nieren hat. Um die Ursache für Daniels Bauchschmerzen zu erklären, braucht es in seinem Fall Kontrastmittel. Das wird ihm während der Untersuchung gespritzt, damit sich Gefässe und Organe besser erkennen lassen. Wichtig dabei ist, dass nachher viel Wasser getrunken wird. Bevor es losgehen kann, sind ein paar wichtige Vorbereitungen notwendig. Daniel füllt den Fragebogen aus und unterschreibt ihn. Vor der Untersuchung zieht Daniel sich um, danach bekommt er das Kontrastmittel gespritzt und anschliessend findet die CT-Untersuchung statt. Daniel fragt sich, ob das schädlich ist. Nein, nur in seltenen Fällen kann es zu einer allergischen Reaktion kommen. Manchmal muss das Kontrastmittel getrunken werden. Dies kann abführend wirken. Im CT drehen sich die Röntgenröhre und der Detektor um Daniel. Das CT bietet ausreichend Platz, so muss Daniel keine Angst vor Platzangst haben. Es ist sehr leise im CT. Nur ein leichtes Surren ist zu hören. Mit künstlicher Intelligenz wird das Gen automatisch auf den Patienten angepasst, damit die Strahlung und die Bildqualität optimal sind. Nach nur wenigen Sekunden ist die Untersuchung abgeschlossen. Der Befund wird direkt im Anschluss an die Untersuchung von den Radiologen am KSB an Daniels Hausarzt weitergeleitet. Eine weitere wichtige Etappe, um Daniels Bauchschmerzen auf die Schliche zu kommen, ist geschafft.